hallo ihr lieben ich grüße euch aus dem wald das hatten wir schon lange nicht mehr es gab schon lange keine naturgrüße mehr von mir heute ist ein wundervoller februar tag blauer himmel im hintergrund sehen sonne relativ milde temperaturen für den februar und ich habe einfach diesen tag genutzt für einen langen wald und naturspaziergang ist einfach wunderbar und ich weiß nicht wie es euch geht ich habe die letzten wochen und monate doch als sehr drückend und dunkel empfunden was das wetter anging es war wirklich wenig sonne da immer viele dunkle wolken dass ich manchmal schon das gefühl hatte mittags um 12 um eins das licht anschalten zu müssen da ist mir gerne kommentare unter diesem video ob ihr das auch so empfunden habt ich habe da auch kürzlich bei der susanne loray wie im telegram kanal so ein chat verfolgt da haben sich da auch einige darüber ausgetauscht dass es nur an ganz wenigen tagen in den letzten monaten sonne gab umso wichtiger ist es wenn wirklich mal die sonne scheint dass wir raus in die natur gehen gerade wenn man in einer großstadt oder in einer stadt wohnt ist es so wichtig für die entspannung für die entschleunigung und auch für die erdung ja auch wenn wir jetzt wenn es noch zu kalt ist vielleicht für viele nicht angenehm mit bloßen füßen über den waldboden zu laufen aber man kann zumindest bäume umarmen oder sich auch mit dem rücken mal an einen baum lehnen und einfach mal so in sich gehen und den baum spüren die natur spüren das sein in der natur spüren das empfinde ich immer als sehr heilsam in den letzten zwei jahren ist mir immer wieder aufgefallen wenn man in die natur geht da ist die welt noch in ordnung und diesen irrsinn der letzten zwei jahre den hat man wirklich nur in der stadt in geschäften in öffentlichen verkehrsmitteln da hat man diesen zähirrsinn sag ich mal ihr wisst was ich meine in der natur ist alles noch in ordnung und viele sagen ja komm lass uns mal raus in die natur gehen und ich hatte ja mal ein gespräch mit meinem lieben freund tobea steinhäuser das hat mir glaube ich auch mal im video erwähnt das eigentlich raus in die natur müsste eigentlich rein in die natur rein ins leben heißen das ist das echte leben wenn wir in ein haus in eine wohnung gehen dann gehen wir raus aus dem leben finde ich auch interessant diesen vergleich und so fühlt sich gerade an ja leben in der natur die sonne auch ein bisschen grün ich habe heute schon vor boden des frühlings gesehen viele schneeklöckchen und krokusse aber auch einen essbaren vor boden des frühlings ist eine besondere wildpflanze die wächst hier von februar bis april gibt es auch gleich noch ein paar impressionen ich habe schon ganz viel bärlauch gefunden der schaut noch ganz jung teilweise heraus gibt aber schon ein paar größere blätter aber ich habe heute noch keinen bärlauch geerntet ich faste aktuell ich mache gerade mal wieder eine gallenblasenleberreinigung nach florian sauer die letzte liegt zwei jahre zurück heute ist mein erster fastentag zumindest mit den speziellen säften die florian sauer empfiehlt mit einem gewissen anteil an äpfeln gestern habe ich auch einen fastentag gemacht aber eher nur mit gemüse heute ist ein großer teil an äpfeln dabei spezielle säfte und deswegen ernte ich heute mal keinen bärlauch erst dann wieder nach meiner gallenblasenleberreinigung ich möchte euch mit diesem video auch ermutigen wirklich so oft wie möglich in die natur zu gehen euch zu entspannen euch zu entschleunigen stress abzubauen einfach zu euch zu kommen euch zu besinnen gerade eben wenn man in einer stadt oder eine großstadt wohnt oder eben auch in einem mehrfamilienhaus wo es eben auch eine gewisse strahlung gibt die ganzen funkgeräte handys wlan wir schalten nachts zum beispiel unser wlan gerät aus aber das macht nicht jeder so also trotzdem wenn man gerade empfindlich ist auf diese strahlung dann ist es immer gut so oft wie möglich in der natur zu sein und das versuche ich auch so gut wie möglich umzusetzen neben den regelmäßigen aufenthalten in der natur finde es in diesen zeiten besonders wichtig ganzheitlich auf sich zu achten körper geist und seele wie sieht es mit der nahrung aus die ihr eurem körper zuführt ist die euch wirklich zuträglich wie sieht es mit der geistigen nahrung aus was ihr was euer geist konsumiert ist das wirklich zuträglich versetzt euch das eher in angst und panik oder macht es euch hoffnung das was ihr konsumiert oder gibt euch eine zuversicht ein gewisses vertrauen ein unerschütterliches vertrauen achtet einfach darauf was ihr konsumiert auch wenn ihr euch mit den hintergründen beschäftigt was gerade so passiert das sollte nie die oberhand gewinnen dass so schreckens nachrichten aus dem mainstream oder auch aus den alternativen medien die oberhand gewinnen beschäftigt euch wirklich auch mit positiven dingen die euch eben wieder in die kraft bringen die euch nicht aus der balance bringen ja auch das was ihr eurer seele zuführt ist auch wichtig in diesen zeiten sich mit seinen seelischen themen auseinanderzusetzen emotionen zu lösen gibt es menschen die euch nicht gut tun könnt ihr von denen abstand gewinnen ist ja manchmal ein bisschen schwierig gerade in gewissen arbeitsverhältnissen schaut einfach dass ihr euch vor allem mit menschen umgebt die euch gut tun und in der heutigen zeit finde ich gewinnen wieder gewisse werte an qualität freunde familie auch wenn durch das c thema bei vielen menschen auch ein riss durch die familie und gewisse freundschaften gegangen ist aber das ist jetzt auch eine zeit wo sich eben seelenfamilien zusammenfinden seelenverwandte menschen die eben auf einer anderen ebene miteinander verbunden sind und da bilden sich jetzt auch schöne strukturen schöne netzwerke schöne visionen wie man die zukunft einfach anders gestalten möchte heute soll es für euch nur ein kurzes video sein in diesem jahr gab es ja fast nur interviews auf diesem kanal die auch immer eine gewisse länge haben heute möchte ich euch mal mit einem unter 10 minuten video beglücken ich wünsche euch für die nächste zeit ganz viel kraft ganz viel zuversicht der frühling ist nicht mehr weit wenn ich den bärlauch draußen im wald finde dann weiß ich der frühling ist nicht mehr weit das gibt mir zuversicht das gibt mir hoffnung auch wenn es jetzt noch mal kälter werden sollte wenn vielleicht noch mal schnee kommt der frühling ist nicht mehr weit den größten teil des winters haben wir hinter uns ich freue mich wieder ganz besonders auf frühjahr bis herbst die zeit in der natur zu verbringen wenn alles grünt und vor allem auch im frühjahr blüht das grün finde ich persönlich ist für die seele einfach heilsam und auch für die augen gerade wenn man viel liest oder viel am handy oder computer arbeitet dann ist es einfach umso wichtiger regelmäßig in die natur zu gehen und den augen eine entspannung zu können auch mal in die ferne zu schauen und es wird dann noch heilsamer noch kraftvoller wenn es überall grün das ist dann sehr entspannend für die augen jetzt gibt es für euch noch ein paar bärlauch impressionen alles liebe hier wächst auch schon ganz junger frischer giersch hier überall junge plättchen so so Untertitelung des ZDF, 2020